Und damit bekommen wir bei der nächsten Folge von New Super Luigi U. Guten Tag. Wir. Er liebt seine Arte. Er liebt sie. Alter. Die schaut immer gleich aus, okay? Nein. Doch. Die schaut jetzt mal Kacke aus. Jetzt muss er weinen. Ja. Ja, ich weiß. Ich mag es noch weniger. Deine kann man überhaupt nicht verbuschen. Doch, kann man. Also, dass du da jetzt so einen Höcker hast. Ja, ich weiß. Also, genau da. Hier ist so oben. Da oben, na. Cool. Nur mal schnell Haare. Aha, ja, ja. Scheiße, sie werden nicht besser. Wurscht. Spiel mal. Ja. Es geht ja hier im Spiel nicht um unsere Haare. Kannst du eigentlich auch mal ein Tutorial dazu machen, wie man richtig seine Haare richtet. Richtig. Ich mach mal Scheiße. Ich mach mal ein Hart-Scheiße. Hahaha. Beginn wir. Nein. Das geht nicht. Wir haben... Hahaha. Das hat sich jetzt so fehlt. Braucht. Hahaha. Boah, Gott. Ich hab einfach mal alles übersprungen. Hahaha. Ah. Nein, 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 nein. Der hat schon ne Nuss. Ich hab ne Nuss? Nein, der hat sieb da hinten. Achso. Cut. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Geh nicht drauf. Geh nicht drauf. Hahaha. Das hätte man auch schaffen können. Ja, wie ist das übrigens Scheiße. Haben wir noch Zuschauer? Ich weiß nicht so. Nein. Garantiert nicht. Schon ewig nicht, Mann. Garantiert nicht. Jetzt bist du ganz weit herinnen. Ich verstehe dich nicht. Hahaha. So, ich mach das Let's Play jetzt alleine. Hahaha. Nein, du darfst wieder herkommen, Mann. Geh rein. Verdammte Kacke. Wir müssen auch kommentieren. Fällt mir mal so spontan auf. Hahaha. Hahaha. Hi. Habe ich dich jetzt so irritiert, dass du runtergefallen bist. Oh, ja. Ja, äh, ja. Spring du hoch. Komm. Hüpp rein. Warte. Mist. Wo ich hingeflogen bin. Hey, das kam auch an, wenn der Pinguin da unten noch drin ist. Da war kein Pinguin. Das ist ein Pinguin. Egal was das war. Das war ein Pinguin. Ist einfach so. Verdammt. Wieso hüppst du da nicht einfach raus? Schau, schau wie sauber ich das mache. Ich wollte einfach nur, damit du kein, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war zum Level. Keine Ahnung, hab's nicht mehr lesen können. Ah, Pinguin. Pinguin. Yeah. Ich komm da nicht auf. Nein, da gibt's nur Kackpilz. Es ist kein Kackpilz. Fliegenpilz, sondern selber. Ich bin schneller. Du bist gleich dort. Und ich muss wieder die Arbeit hier machen. Nein. Nein. Mein Pinguin sein. Verdammt. Geh nicht drauf. Ich versuch's. Ich hol mir da was. Ein. Ja, Pinguin. Pinguin. Nein. Hab ein Pilz gekriegt. Geh drauf. Ja, ich hab das nicht gesehen. Ich hab mich einfach die erste Rote nicht nehmen. Und die zweite. Hier kommst du. Ja, das Kack-Ding kriegt man nur mit Pinguin-Anzug, wollte ich grad sagen. Kann man da irgendwie auf das Seiten reinhüpfen? Ja, könnte man, wenn man genug Spiel hat. Okay. Verdammt, ich schaff das noch. Okay, nein. So, so geht's definitiv nicht. Okay, wir haben zu wenig Zeit. Ja, probier, 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 probier. Wieder. Nicht, weil ich einfach mal so langsam bin. So ernst. Ich bin super. Blöde, stark heulen. Ja. So wie ich. Musst du mal gesagt. Oh, ist die dritte Münze. Gib mir einen Tipp. Das heißt, der wird ein bisschen schwieriger zu. Ich nehme mir den. Und mach das hier auf. Und dann kriegst du da einen. Okay. Woher ich das weiß? Ich sag gar nicht. Nein, ich hab's mir noch nie angeguckt. Wie wir einfach Vollgas da durchrasen. Voll Gangster. Und ich noch immer alles sammle. Was war jetzt? Nein, nein, nein. Ist mir egal. Du, ähnlicher Cheater. Warte, bleib da. Ist mir egal. Nein. Nein. Jetzt kriegst du auch so ein Ding, gell? Meins, meins, meins. Du hast eh schon einen. Ich hab ein zweites. Ich bin nicht so ein Kack-Dieter wie du. Alleine ist es einfacher. Viel einfacher. Es wird immer besser. Nein. Die Haare oder das Spiel? Die Haare. Und Spiel. Ja. Beides. Beides kacke. Diesmal schaffen wir es aber. Genau. Komm, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Danke. Danke. Bitte. Wie wir einfach auf. Bec, bec. Bec. Und wie ich trotz. Hahaha. Ich, ich wollte gerade weiter gleiten. Und runtergehoben. Das ist uncool. Nein, nein, fahrt, 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 fahrt. Oh. Verdammt. Da war die Starcoin. Da, da, nimm die letzte. Ach ja, stimmt. Nein, nein, nein. Hahaha. Nein. Hahaha. 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 Wie wir es einfach nicht schaffen. Hahaha. Wie, ja, jetzt war ich so, so inkompetent. Und du. Hahaha. Alter. Dann musst du das aufmachen. Genau. Dann geh ich dieses Mal als erstes rein. Ja. Hast du das? Oh. Oing, oing, oing. Oing, oing. Oing, oing. Jetzt hört sie rutschig am Arsch. Oing, 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 oing. Verdammt. Kacke. Oing, 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 oing. Nein, 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 nein. Jetzt komm mit, komm mit, komm mit. Sonst kriegen wir die blöde Starcoin nicht. Kannst du die Starcoin holen? Ja, genau. Holst du vielleicht die Starcoin? Ich schaff das. Birch! ich habe da über das wasser hüpft richtig ja so die dritte können wir glaube ich eh nicht mehr holen nein weil die da oben ist dann das war schon klar jeder bau man pinguin ehrlich ja ich hätte wir werden darauf kommen ja ja happens wir könnten auch ein bisschen entschieden wie das dinge wie meinst du mit schieten ich meine damit wenn man auch aufhüpfen müssen kann man das ding da verwenden das stimmt ich wollte das level noch mal machen aber wenn man zum beispiel jetzt da irgendwo rauf hüpfen kann nur um die starke zu holen und bleibt unbedingt dort durch müssen ja über einfach okay sei nur so langsam ist das die recht verdammt sein nur so lang so hast du ja aktivier nur das muss hast ihre verlieren und in der land ich habe verkehrt rum so ist das ja hier sei nicht so langsam wir brauchen jetzt den anzug dann am ende ich weiß dass ich bin ich da gehe seine zu langsam kann schwimmen er muss drauf drücken so wir daten muss wie man musste ja auch du musst darauf dass sie schon klar du musst mit ein lauf ich habe gerade anlauf gehabt und bin voll gegen die wand das geht sich mit der zeit nicht schaffen wir das noch da müssen wir rauf oder nein da ist nix da oben ist sie nicht wirklich doch nein man muss niesen dann wie lange haben wir schon bis sie geht da kommt wir machen wir sind fertig müssen wir schläuzen mir wurscht wir werden bei ein level in ein paar schaffen dann genau diese sechs ansonsten ich bin also so kommen weiter 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 macht nicht sterben ja kommst du ja geh rein im bild was ist wenn ich um geht gar nicht ja ich muss mich auf platzen aber da ist doch immer nein ich bin ich nein münche ist da nicht nur woanders